Bei Ausfahrt 63 Freiburg Süd auf B31 in Richtung Freiburg Süd. 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 Geht euch allen gut? Geht euch allen gut? Musik 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 das habe ich nicht gemacht. er hat gesehen, wie du dich darauf konzentriert hast. nicht runter gucken. auch kurze können wackelig sein. kommt darauf an, wie gut die gespannt sind. sehr gut. meine erste seilbrücke. meine auch. und deine technik ist die banane. die banane. super. sehr gut. die banane.